Diese weißen Punkte sind Käfer und es ist gut möglich, dass du sie schon einmal gegessen hast. Sie wachsen auf Kakteen und werden Gatchanils genannt. Die Säure in ihren Eingeweiden ergibt einen leuchtend roten Farbstoff. Es ist in einer Vielzahl von Produkten enthalten, von Erdbeerjoghurt über M&M's bis hin zu Lippenstift. Die Ureinwohner Lateinamerikas handelten seit tausenden von Jahren mit ihr. Im 17. Jahrhundert war sie nach Silber das zweitwichtigste Exportgut Mexikos. Man findet ihn an den Wänden archäologischer Städten, auf unbezahlbaren Gemälden, sowie in den Gewändern der Könige. Synthetische Farbstoffe und der Druck von Tierschützern haben einige mexikanische Farmen dazu veranlasst, die Produktion gänzlich einzustellen. Und der Anbau von Gatchanils verschwand. Dies wird das letzte Mal sein, dass Ines Carmona de Gante Gatchanils auf ihrem Land anbaut. Andere, wie Catalina Yolanda Lopez, sagen, dass sie alles tun werden, um ihre Produktion aufrechtzuerhalten. Aber Catalina weiß nicht, wie lange ihre Familie diese alte Tradition noch weiterführen kann. Gatchanils-Wanzen sind winzige Parasiten, die auf Kakteen leben. Der Stoff, aus dem der kräftige rote Farbstoff besteht, macht fast ein Viertel ihres Gewichts aus. Aber es ist kein Blut. Es handelt sich um eine natürlich vorkommende Verbindung namens Carminsäure, die Fressfeinde wie Ameisen abwehrt. Gatchanils fressen Feigenkakteen, welche in Mexiko Nopales genannt werden. Sie bieten der Wanze Feuchtigkeit und Nährstoffe zum Überleben. Catalinas Großmutter brachte ihr die Aufzucht von Gatchanils bei, als sie gerade vier Jahre alt war. Heute ist sie eine der letzten Gatchanil-Produzenten in ganz Mexiko und betreibt eine Farm in Oaxaca. Alles beginnt auf ihrem Feld mit jungen Nopales. Diese Jung-Kakteen sind Ableger von älteren Kakteen. Mit einem Nopal können wir Fracken und multiplizieren. Die Bauer müssen Handschuhe tragen, um sich vor den Nadeln der Kakteen zu schützen, wenn sie die Blätter abschneiden. Spinitas de 3 mm, que se entierren in la piel y que son muy dolorosos. En el cuerpo a veces se me llegan encajar y como no los puedo buscar, pues se me quedan ahí, que ya parezco nopal. Als nächstes wäscht Catalina den Kaktus mit Wasser und Seife. Erst dann kann sie die Gatchanils auf den Nopales anbringen. Sie sehen aus wie Fingerfallen, aber es sind kleine Häuser für die Käfer. Catalina sagt, dass sie nicht mehr hergestellt werden. Also muss sie sehr vorsichtig mit ihnen umgehen. Wenn sie sich auf dem Blatt ausgebreitet haben, hakt sie einen Draht ein und hängt es auf. Jetzt können die Gatchanils anfangen zu fressen. Katalina muss in der Nopalesammlung ständig nach möglichen Schädlingen Ausschau halten. Wie dieser Telerohwurm. Der Punkt, der hier zu sehen ist, ist ein Gatchanil. Das Gatchanil wirkt wie ein Klebstoff, der den Insekten hilft, am Paddel zu haften. Und es schützt sie auch vor der Sonne. Die Gatchanils stechen mit ihrer Sonde in die Haut des Kaktus und saugen das Wasser und die Nährstoffe aus. Das Gatchanil wirkt wie ein Laboratorium, die den Insekten transformiert in ácido karminico. Nur weibliche Gatchanils produzieren Karmin. Die Männchen sind winzig, haben Flügel und fliegen weg. Aber nenne diese kleinen Kerle nicht Käfer oder Kakerlaken. Nach dem Aufenthalt in Puebla werden fast alle Nopalfelder von Carmona verschwunden sein. Sie plant sie durch Mais zu ersetzen und nur ein paar Kakteen zu behalten, um hobbymäßig Gatchanils zu züchten. Sie kommt raus, um Unkraut zu jäten und Fressfeinde zu verscheuchen. Sie sucht nach den perfekten Kakteen, um sie zu ihren hungrigen Käfern ins Gewächshaus zu bringen. Die Züchter der Gatchanils müssen die Kleintiere ständig zu neuen Nopalpaddeln bringen. Nach drei bis vier Monaten sind die weiblichen Insekten bereit für die Ernte. Kamona verwendet ein Sieb, um die Insekten von ihren Hüllen, dem Pulver und der Seide zu trennen, die sie produzieren. Wenn die toten Gatchanils austrocknen, erhärten ihre weichen Hülsen. Kamona verkauft sie im Ganzen. Katalina und ihre Tochter, Claudia Juárez-López, verwenden eine traditionelle Metate, um sie zu einem leuchtenden Rot zu malen. So oder so handelt es sich um eine sehr mühsame Arbeit. Man braucht 70.000 Käfer, um circa 500 Gramm Farbstoff herzustellen. Das Pulver muss in eine Alkohollösung getaucht und gefiltert werden, um die Insektenteile zu entfernen. Katalina verkauft ein Kilo ihres getrockneten Gatchanil für etwa 150 Dollar. Große Lebensmittelmarken verwenden Kaminsäure in allem, von Joplaid, Erdbeerjoghurt und Airheads bis hin zu Nerds und M&Ms in Großbritannien. Aber die Kunden werden es nicht schmecken. Es ist nicht der Schmerz. Die Grana hat nur einen puren Farb. Auf der Nährwertkennzeichnung erscheint es als Kamin. Oder als Crimson Lake oder E120 in der Europäischen Union. Kamin wird auch häufig in der Kosmetikindustrie verwendet. Und diese Verwendung ist alles andere als neu. Gatchanil hat in Mexiko eine jahrtausendealte Tradition. Es wurde für Lippenstifte, Textilien, königliche Kopfbedeckungen und Wandmalereien wie in den Pyramiden von Montalban verwendet. Nachdem Hernán Cortés die Azteken besiegt hatte, brachte er Gatchanil nach Europa. Schnell ersetzte es die europäischen Farbstoffe, weil es besser auf Wolle und Seide haftete, länger hielt und ein kräftigeres Rot erzeugte. Es wurde zu einem Symbol der Macht, das in der teuersten Mode auftauchte. Die katholische Kirche verwendete es in ihren roten Kardinalsgewändern und die britische Armee in ihren roten Mänteln. Und schon bald malten Künstler wie Van Gogh, Renoir und Rembrandt mit Gatchanils ihre Meisterwerke. Im 18. Jahrhundert begannen Frauen in den Vereinigten Staaten, damit Lebensmittel zu färben, von Kuchen bis zu eingelegtem Rotkohl. Doch dann wurden in den 1860ern synthetische Farbstoffe erfunden. Zuerst Mauve, das aus Nebenprodukten der Kohle hergestellt wurde und dann Rot Nummer 2, welches aus Erdöl hergestellt wurde. Diese synthetischen Stoffe haben die Gatchanil-Produktion in Mexiko fast ausgelöscht. 1976 verbot die FDA den roten Farbstoff Nummer 2 wegen des Verdachts, dass er Krebs verursachen könnte. So begann ein neues Interesse an natürlichen Farbstoffen. Aber zu diesem Zeitpunkt gab es fast keine Gatchanil-Züchter mehr im Land. Katalinas Familie war eine von nur drei, die noch mit den Insekten arbeiteten. Also machte sie es sich zur Lebensaufgabe, die Käfer zu erhalten und andere über Gatchanil aufzuklären. Sie begann den Farbstoff an örtliche Kunsthandwerker und Köche zu verkaufen. Und verwandelte ihre Farm in ein Museum, in dem sie Workshops anbietet. Doch Katalinas Arbeit hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten nicht bewährt. Marken wie der Likör Campari und Starbucks haben die Verwendung von Carmin aufgrund des Drucks vegetarischer Kunden eingestellt. Die Pandemie war ein weiterer Rückschlag. Die Aufträge für Carmona blieben komplett aus. Daraufhin beschloss sie, die Gatchanil-Produktion einzustellen. 2022 produzierte sie 400 Kilo des Insekts. 2023 erwartete sie nur noch 50 Kilo. Sie hat das ganze Gewächshaus auf Tomaten umgestellt. Können die mexikanischen Erzeuger ihre Gatchanil noch retten? Die Antwort könnte in Peru liegen. Die Regierung begann in den 90er Jahren in den Gatchanil-Anbau zu investieren, um die Beschäftigung in den ländlichen Teilen des Landes zu fördern. Heute dominiert Peru mehr als 80 Prozent des Marktes. In den USA ansässige Likörmarken haben begonnen, Gatchanil anstelle von synthetischen Farbstoffen zu verwenden. Es war sogar die Inspiration für die Pantone-Farbe des Jahres. Die Nachfrage auf der ganzen Welt steigt! Aber Peru hat einige Vorteile. Das Land produziert eine wilde Art von Gatchanil, die im Freien wächst, ohne dass die Landwirte viel tun müssen. Sie ist also billiger. Mexikanische Gatchanil haben zwar mehr Kaminsäure, müssen aber zum Schutz vor Parasiten in geschlossenen Räumen angebaut werden. Um Großaufträge von internationalen Käufern liefern zu können, müssten Landwirte wie Catalina mehr Gewächshäuser bauen und Arbeitskräfte einstellen. Aber das ist zu teuer. Catalina musste zwei Aufträge ablehnen, weil sie einfach nicht die benötigte Menge an Farbstoff produzieren konnte. Experten sagen, dass Investitionen der mexikanischen Regierung den Bauern helfen könnten. Sie bieten quasi Seed-Money an Oaxaca-Pesant-Women. In der Zwischenzeit hofft Catalina, jeden Besucher, der auf ihrer Farm vorbeikommt, aufzuklären. Genau wie sie es ihrer Tochter Claudia beigebracht hat, die für ihre Arbeit bereits Preise gewonnen hat. Aber bis Investitionen oder Kunden kommen, werden einige Gatchanils verloren gehen. Und Catalina wird hier sein und sich um ihre Hasen-Cacteen und winzig kleinen Käfer kümmern. Und haben diese Fähigkeiten, die wir uns auch Lyndartz wieder hierin können. Er ist ein Legge